Hahahaha Weißt du mal wieso du Arsch? Was? Ich hör dich schon! Hahahaha Ich hab grad was Wichtiges zu tun Achso und der Trucker Zerg mit ungefähr 30 Leuten ist dir egal oder was? Ja Okay Wird nicht mal so böse sein Wir geflaschen nicht zusammenhalten Hahahaha Nein die haben wohl vor Hahahaha Hahahaha So ist gut Kann man das Tor bitte nicht so schnell aufmachen? Ich muss noch irgendwann einen Dübel bauen Wer kommt? Hahahaha